sehr kurzes video heute abend das ich machen wollte um eine vollkommene ungläubigkeit zu teilen ich habe habe ich schon mal vorgestellt ich habe ja diese short action customs modular sizing matrizen das ist jetzt die in creedmore ich habe die aber auch verwendet um meine dascher hülsen zu kalibrieren und was ich mir jetzt kürzlich neu dazu geholt habe sind diese eingebauten expander das heißt man kann von short action customs hier in wunschgröße das ist jetzt zum beispiel ein innenaufleiter in der größe 263 kann man sich diese innenaufleiter holen die man dann in diese modular sizing dies reinpackt diese modular sizing dies die kennzeichnen sich dadurch aus dass sie beim bushing den schulterbereich mit drin haben also geniales konzept muss man sagen so und wenn ich das jetzt zusammen baue mit diesem innenaufleiter habe ich den vorteil dann verliere ich zwar die möglichkeit zu entzündern aber ich habe dann beim downstroke hier so einen schönen das ist auch carbon stahl also es ist sehr hartes stahl oder kapittstahl oder wie man das nennt es ist nicht günstig aber es ist nicht viel vergleicher preis wie ein sinclair carbide mandrill jetzt habe ich mit dem ding in 6 mm dash ein paar hülsen gesized und ich war ein skeptisch gewesen wie gut der rundlauf wird weil das ist ja eingebaut und innenaufleiter ist ja quasi man würde es als innenaufleiter bezeichnen und nicht als dornaufleiter das habe ich erst mal geguckt die der verschlussabstand möglich und das ist jetzt die letzten fünf die ich gemacht habe ich habe davor schon 15 getestet der verschlussabstand ist einfach nur so was von ultra bei den dingern ich bin ich sehr happy mit also jetzt kommt der rundlauf das ist wirklich so was von krass seht ihr das so ein bisschen also das ist eine also zwischen zwei zahlen der bereich sind immer fünftausendstel und wir sehen die nadel bewegt sich kaum wenn ich das drehe das ist der rundlauf ist durchgängig bei allen hülsen sich getestet habe nach dem innenaufweiten im bereich von ich sag mal unter im tausendstel maximal im bereich anderthalb tausendstel vielleicht ist vielleicht für viele von euch alltag ich muss persönlich zugeben so einfach mit einem mit einem arbeitsgang habe ich noch nie so einen sensationellen rundlauf hinbekommen für mich bushing matrizen sind ohnehin immer schwierig den rundlauf richtig schön fein hinzubekommen jetzt auch noch eine bushing matrize mit flexible bushing und flexible dorn innenaufweiter zu haben die solche ergebnisse zaubert absolut bombe kostet aber geld